Hallo und willkommen zur Mission 9B, wir fackeln nicht lange, auf geht's. Es bleibt immer noch viel zu tun. Einer unserer Spione hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Sowjets haben eine Waffe entwickelt, die gewaltiger ist als alles, was die Menschheit kennt. Eine atomare Bombe. Stalin hat vor, diese Bombe nicht auf Cyborgs im Schlachtfeld, sondern auf Zivilisten abzuwerfen. Wenn ihm das gelingt, zerstört er alles, wofür wir gearbeitet haben. Das ist Major Wladimir Kassigin. Einer von Stalins wichtigsten Atomstrategen. Geheimdienstberichten zufolge hat er wichtige Informationen über Stalins Pläne mit dieser neuen Waffe. Offenbar beabsichtigt Stalin, mehrere europäische Städte zu bombardieren. Mit diesem eklatanten Bruch des Cyborg-Kriegsvertrages hat er sich selbst zum Terroristen abgestempelt. Kassigin ist von Stalins Methoden angewidert und bereit überzulaufen. Hier können Sie Kassigin finden. In der Werftanlage von Ria. Führen Sie einen Spion an den Verteidigungsanlagen vorbei ins Befehlszentrum. Wenn Sie Kassigin gefunden haben, schicken Sie Ihre Transporter rein, um ihn rauszuholen. So, wir haben wieder... Einfach eine Insel, auf der wir uns hier befinden. Also ich schätze, das läuft genauso ab wie die Mission A. Wo wir dann eben den Kollegen retten müssen. Einsatz hier nicht möglich. Okay, man kann nicht zu tief in... Nein, ich mache keine Werft. Das ist eine Raffinerie. Man darf nicht zu tief in den... Gestoppt. In die Dunkelheit reinbauen. Sehr gern. Dann möchte er das Gebäude nämlich nicht bauen. Jawohl. Sehr gern. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Konstruktion abgeschossen. So, noch eine. Und noch eine. Melde mich wie Befohlen. In Ordnung. Sehr gern. Kann ich meine Werft auf die andere Seite stellen? Das ist ja ganz interessant zu wissen. Ja, sehr gern. Weiß nicht, ob ich da schon die Range dazu habe. Ja, sehr gern. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Auf jeden Fall. Wir dürfen hier fröhlich sammeln. Wir bauen einen Großkasswerk. Wir haben ja ein bisschen mehr Strom für alle Gerätschaften brauchen, die wir so vorhaben. Wird gebaut. Ja, sehr gern. Wir bauen mit dazu. Dann bauen wir mal 10 Zerstörer. Dann kommen dann noch 20, 30 Panzer mit dazu. Und geht das? Hey. Zerstörer, Waffenfabrik. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Dass die Satelliten sind. Ah, ne. Satelliten sind alle in der Radarstation brauchen wir dann natürlich noch. Sofort. Einheit bereit. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. So, nach und nach. Ja, Sir. Wir lassen hier alles entstehen, was wir so brauchen. Konstruktion abgeschlossen. Wunderbar. Noch eine Faserne. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit bereit. Dann ist auch ready. Radarstation, dass wir Spione bauen können. Und jetzt erwartet ihr bestätigt. In Ordnung. Neue Bauoptionen. In Ordnung. Einheit bereit. Ja, Sir. Stätigt. Hochfahren. Konstruktion abgeschlossen. Okay, Radarstation ist ready. Habe ich noch genügend Saft? Habe ich. Und jetzt kann man eigentlich loslegen mit 5 davon und 25 davon. Einheit bereit. Erwarte Ihre Befehle. Wird gebaut. Bestätigt. 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 Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Vielleicht nochmal 5 Zerstörer mehr. Hier, Einsatzfahrzeug. Ich bin nicht sicher, wie ich brauche. Auf jeden Fall haben wir hier schon unsere gegnerische Insel mehr oder weniger gefunden. Hier, Einsatzfahrzeug. Hier fahren wir noch da hoch. So, wenn wir da lang kommen. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Das sind die Gegend-Ausgrundschaften. Einheit bereit. Ja, Sir. Hier, Einsatzfahrzeug. Kommt das Schiff überhaupt da raus? Ne, effektiv ein Schiff eingebaut. Ich bin sehr stolz auf mich. Erwarte Ihre Befehle. Hier, Einsatzfahrzeug. So, Gruppe 2 ist damit hier ein bisschen online. Melde mich wie bevor du in Ordnung und bestätigt. Entlang sieht nichts aus, ob es hier an der Küste weitergeht. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. Ne, das ist... In Ordnung. Okay, das ist Sackgasse. Ihr Einsatzfahrzeug. Warten Ihre Befehle. Ja, Sir. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. 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 Und da geht die Palli los mit dem Ubo. Bestätigt. Bestätigt. Die werden wir mal prompt alle vernichten. Wir werden uns vielleicht ein Boot versenken. Okay, da sind ein paar Panzer. Aber wenn wir die Brücke abreißen, kommen die Panzer gar nicht erst her. Bestätigt. 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 Warum geht die Brücke nicht kaputt? Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Das worked. Bestätigt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, aber wenn Ihre Befehle. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. So. Bestätigt. Geht man da noch hier hin. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Und Panzer. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Müssen verladen werden. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Wie sieht es hier aus? In Ordnung. Bestätigt. 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 Okay, hier werfen wir an einen möglichen Landesspot. Wird gebaut. Was wir aber noch nicht gefunden haben, ist seine Werft. Ja, Sir. Aus noch. Meine... Erwart in Ordnung. Ja, Sir. Meine Gelder sind hier ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Oder einfach der Weg ist zu weit. Erwarte Ihre Befehle. Wann bist du nicht? Hier Einsatzfahrzeug. Einheit bereit. Irgendwie funktioniert das gerade nicht mit dem Einladen hier. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. Ah, ne. Die blocken sich wieder gegenseitig, ne? In Ordnung. Ah, Klassiker. Das werden nicht befohlen. Wir müssen euch wieder mal Einzelne da reinlotsen. Einheit bereit. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Wir sind gebaut. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Der ist voll. Melde mich wie befohlen. Einheit bereit. Der ist ja nicht voll. Der ist voll. Erwarte Ihre Befehle. Der ist voll. Wir sind in Ordnung. Immer noch zwei. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. 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 Auch wieder mal ein U-Bow. In Ordnung. Bestätigt. Oh, da freue ich mich schon drauf mit den U-Bowden natürlich spielen zu können. Wenn wir mit den Sowjets spielen, sollten wir ja auch ein Bode kriegen, oder nicht? Da gibt es schon mal ein Hunde, müssen wir auch groß werden. Weil dadurch, dass Hunde so tödlich für Infanterie sind, dürfen wir halt die Hunde niemals in die Nähe von unserer Person bringen, die wir retten sollen. Wir brauchen eigentlich nur einen Spion, wenn wir ehrlich sind. Ihr könnt hier gleich mal rüberfahren und ausladen. Währenddessen ist das kaputt. Alle Gebäude abreißen, die wir reinkommen und ihr gebt dann hier Schussunterstützung und hier wird ausgeladen. Okay, das ist ein naviges Kugzeug. Ihr fahrt mal retour und holt meinen Spiegel. Wird die Panzeranzahl erreicht? Immer stark davon aus. Wir haben hier mehr als genug Panzer eigentlich. Wir brauchen Silos. Er ist noch höher. Und der hat mich ausgeladen. Auf geht's. Wir brauchen Silos. Ich fahrt mal hier rüber. Ist ja eingeladen. Meldet mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, Sir. Wir brauchen Silos. Bestätigt Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Okay. Wenn, dann müssen wir hier schon mal die Dinger weg. Unsere Stützpüche. Das ist nicht gefährlich. Bestätigt. 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 Wir müssen auf jeden Fall schon mal die ganze Kontraktion hier klären. Und dann die ganzen Einheiten und alles andere. Währenddessen mein Spürer kann ausgeladen werden. Jawohl, Sir. Oh, in der Tat. Wir müssen uns trotzdem um die Einheiten kümmern. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Das ist ein Rund. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Eine Rundehütte für alle Fälle. Bestätigt. 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 Da ist noch eine Runde. Die müssen noch eine weg. Bestätigt. Wir brauchen Silus. Okay. Spion ist am Start. Da rein. Und dann hoffe ich, dass niemand den Kollegen erwischt. Gebäude. Da ist er. Du und du bitte. Verstärkungen sind eingetroffen. Ab ins Boot mit dir. Natürlich. Mit schon da. Mit schon da. Die Verstärkungen sind schon eingetroffen. Das heißt, ist der Heli schon da? Ja, Sir. Warum sind zwei Boote hier? Äh. Irgendeine Einheit übersehen. Er ist da drin. Da ist nämlich nochmal hingeht. Ja, bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Da ist er. Und raus mit ihm. Einsatz erfolgreich. So, zweite erfolgreiche Extraktion. Und als nächstes gibt es nur noch eine Mission. Und zwar die hier. Genau. Da starten wir uns den Feldzug, um die Sowjets komplett zurückzudrängen. Das gibt es noch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.